Was würdet ihr mit einem Mann machen, so ihr erkennt, dass er euch bestiehlt? Ist sein kleiner Diet, würde ich ihn auspeifen lassen. Oh, oh, oh! Verzeihung, Lord Baskerville. Ja, bitte? Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Für mich ausgeschlossen. Für Lord Henry Baskerville. Jemand im Schloss scheint nicht viel Wert auf meine Anwesenheit zu legen. Hände hoch, habe ich gesagt! Ich habe sie ja hoch. Was willst du denn, Ross? Das ist doch Roms. Natürlich, ich bin es. Lord Henry vermutlich. Hallo, Mr. Stableton. Miss Beryl ist weg, mitten in der Nacht. Wo ist sie denn hin? Ich weiß nicht, vielleicht draußen im Moor. Ein Brief von Schloss Baskerville? Bist du nicht neugierig, was drin steht? Was es dort Neues gibt, weiß ich schon.